Hier haben wir den Schilleraufschlauch zum Sonnenuntergang, ein Inkelzäckchen und hier den Sonnenuntergang genießen. Hier haben wir den Schilleraufschlauch zum Sonnenuntergang. Hier haben wir ein paar Tortillas, Chips und hier natürlich die Leckereien, was man alles braucht für einen schönen Abend. Matthias genießt den Sonnenuntergang. Nicht wahr, Matthias? Genießt den Sonnenuntergang. Hier haben wir den Sonnenuntergang auf der ersten Etage vom Hotel, wo man direkt auf die Kuhlandschaft und auf den Strandfinder ausschauen kann. Hier oben ist Champagner aufgebaut, Sekt aufgebaut, verschiedene Cocktails, Wände zubereitet. Es gibt Kanapés und Fingerfood hier oben, es ist Livemusik hier oben, es ist einfach traumhaft schön und das ist wirklich jetzt mitten im Dezember, kurz vorm dritten Advent. Und ja, es ist wirklich zu jeder Zeit ist es hier schön, also ob im Hochsommer oder wirklich jetzt in der Winter- oder Weihnachtszeit. Und ja, wenn ihr jetzt mehr vom Hotel sehen möchtet, einfach auf Reisebürofeller unten auf Gefällt mir drücken und dann zeigen wir euch auch den Rest vom Hotel noch. Bis dahin, ciao!